hey und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von pokémon platin let's play ja an meiner reaktion müsst ihr merken die letzte folge habe ich gerade eben aufgenommen noch also es ist keine fünf minuten her und es ist mir einfach so unsagbar unsagbar peinlich dass ich was ich da am ende getan habe das ist einfach es ist einfach also bei bestem willen so doof so dämlich so unsagbar dämlich kann kein mensch sein wisst ihr was wir gucken das jetzt nach ich habe es ja jetzt im pokédex und damit müsste ich sehen können ob das ein shiny war oder nicht okay das ist die normale form so nicht die normale form no way no way ich hoffe er hat jetzt ein skogler weil dann würden wir sehen ob das ein shiny war oder nicht ich bin gerade überlegen wie war das mit der typen effektivität hier ah wahrscheinlich genau andersrum ne warum frage ich überhaupt wenn das ein shiny war ne ich geh mich ein ähm ok er hat keinen skogler Ihr wisst nicht, wie sehr ich mich gerade in Grund und Boden schämen würde, wenn ich könnte. Also, ich tue es, aber halt vor der Kamera, ne? Wie kann man wirklich einfach so gedankenabwesend sein, dass man auf Flüchten drückt? So gedankenabwesend auf Flüchten drücken, während man sich so verdammt sicher ist, dass das ein Shiny wäre. Boah. Die einzige Möglichkeit, ne? Wie ich von dieser Schmach jetzt runterkomme, ist, wenn das kein Shiny war. Ohnex, yo, was geht denn, Bruder? Ähm. Schusikowski. Wir müssen uns jetzt durch die Bizarre Höhle, äh, einen Weg bahnen. Und, äh, gucken, wo wir da am besten, wo geht es denn hier runter, wo geht es 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 runter? So, da brauchen wir jetzt jetzt nicht runter, wo geht es runter, wo geht es runter, wo geht es denn runter? Ja, also, ich will ihn steuern. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich bin so schlau, ich sehe gar nicht, wie es ins Untergeschoss geht Ich glaube, Zetrummerer haben wir noch Doch, haben wir Okay Wir sind im falschen Eingang Wir haben den östlichen Eingang neben dem Neben der Neben dem Fahrradweg genommen Wir müssen allerdings den Eingang westlich des Fahrradwegs wählen So Von wem So, dann gehen wir hier einmal raus Gucken hier einmal Das ist noch ein Klangster Giftstich Die Frage ist, wo wir jetzt hin müssen Wahrscheinlich da unten einmal landen Die Frage ist, wie lange habe ich jetzt hier rumgeguckt? Auch hier gehen wir auf Luft Da wir Ein Vorhaben haben Wir holen uns gerade Eine Fragia-Behre Und die hier ebenfalls Und dann Gehen wir nachher weiter unten Und gucken mal, ob wir vielleicht dort Einen Eingang sehen Wie komisch Angeblich gibt es zwei Höhlen der Route 206 Wieso finde ich dann nur einen Eingang? Ich kann es gut Ich kann es gut Ich kann es gut Ich kann es gut Liegt runter Naja, okay Wenn das schon wieder so aussieht Dann war das eben kein Shiny Leute, ihr wisst nicht, was mir für ein Stein vom Herzen fällt Wenn das eben kein Shiny war Heiliger Bimmelbammel Boah Das wird gerade ein bisschen Wird mir gerade ein bisschen zu blöd Wird mir gerade ein bisschen zu blöd So, dann gucken wir mal Der Eingang liegt hier unter dem Schadweg Irgendwo Ich will mich doch veräppeln Das kann doch nicht sein Nee Wieso ist das denn so dunkel? Also ich meine Gut, bei mir hier im Spiel Ist es gerade auch ein bisschen dunkel Aber Das kann nicht singen Das kann doch nicht singen Naja Kannst mir nicht erzählen Und das Kleinstein Das ist nicht Shiny Weißt du Also Das macht für mich keinen Sinn Sorry, aber das ist das Das macht für mich keinen Sinn Haben wir die Shiny Sprites vertauscht Aber halt So So Hier müsste jetzt So langsam Irgendwo Der Radweg Ha So Da haben wir Die Höhle Die bizarre Höhle So Dann nehmen wir hier das Rad Und gucken wir mal auf Kaumala Nein Das ist ein Bronzel Auch nicht schlecht Aber nicht dafür versuchen So Definitiv nicht was wir suchen Oh Hypnose Das ist schön und gut Ähm Kp Ap Machen wir mal ein Superpunk auf Kramorx Ähm Also Wir flüchten aus dem Kampf, weil das ist ja nicht das, was wir suchen. Wir suchen ja ein Klamadant. So. Bronzel. Also, mein werter Experte meinte auch, das andere da müsste definitiv ein Shiny gewesen sein. Allerdings. Allerdings. Da haben wir das kaum anladen. So, Leute. Jetzt wird's richtig spannend. Ähm... Was machen wir? Das ist auch das letzte... Ach, scheiße, wir sind noch mal am Schlafen. Das ist auch das letzte, was wir wirklich machen in dieser Folge. Das ist das letzte, was wir in dieser Folge tun werden. Tralalalalala. Weil, ähm... Weil, ähm... Äh, wir sind so schon in Überlänge, glaube ich. Können wir so langsam aufwachen? Ja. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay. Reicht mir jetzt. Das reicht mir jetzt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Geht doch. Einmal noch. In der Hoffnung, es nicht zu töten. Nein! Warum? 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 Ja, sehr schön. Toll. Danke. Bis zum nächsten Mal. That's all, folks. Ebbity, ebbity. That's all, folks. Ebbity. 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 Ebbity! BINE-TEN